Noch ein kleines Update Video zu meinem 76er Coupé de Ville mit nur 1600 Meilen. Auf dem älteren Video war ja noch zu sehen, dass es eine kleine Roststelle hinten am Vinyldach gab. Ich weiß der Teufel wo die herkamen, aber es hat mich so lange genervt, dass ich es ja beseitigen lassen. Also wie man hier sieht, da ist gar nichts mehr. Das ist alles im Prinzip komplett frisch gemacht worden. Das war auch nicht durchgerostet, das war nur sehr oberflächlicher Rost. Und jetzt haben wir den Teil halt entsprechend überarbeitet und dann sieht es auch wieder vernünftig aus. Also ich denke, Survivor wie bei diesem Auto mit 1600 Meilen.